Hey, was hab ich denn jetzt für ne klasse? Fuck. Warte, klasse. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein epischer Shit. Moin moin, liebe Supersuchtis. Mein Name ist Fluppy. Bitte achtet mal bei diesem etwas ungeschnittenen Black Ops 3 Gameplay mit tollen, tollen Szenen auf meine neue Tastatur. Die Rocket Ryos MK Glow, glaube ich, so heißt die. Ist sie leiser als die davor, die Razer? Und können wir vielleicht so Videos machen? Dann sagt es mir bitte in den Kommentaren. Dankeschön. Das ist meiner. Das ist meiner. Das ist meiner. Ah shit. Arschloch. Ja, da waren schon wieder neue Bösewichte. I saw you guys. Dieser Map weiß man wenigstens, wo die immer alle sind. Das ist meiner. Das ist mein Bösewichte. Bitch. Bitch better have my money. Bitch. 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 Hitmarkern, hörst auf zu schießen und dann sind sie noch am Leben und dring dich um. Was soll denn der Dreck? I mean for real people? Da, schon wieder. Das kann doch alles nicht sein. Doppelter Abschuss. Ende. Alter, sterb doch einfach. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Da kommen sie jetzt gerade alle, ja? Oh, da war einer. Oh, nice. Fucking wallrun kill. Alter, sah das nice aus gerade. Alter, war das fucking episch. Heftiger shit. Montage fucking level gaming. Das sind meine. Oh, du fucking Bitch, Alter. Ich hätte deine Gebärmutter raus, aber wir haben mit einem Löffel. Hab ich sie noch erwischt? Bitch, better have my cock in your fucking hands. Ah, lass mich doch laufen. Lauf doch. Ich stehe halt rum, blockiere den Weg, fucking Cunt. Kann doch alles nicht wahr sein hier. Was? Warum? Also, steht einfach am Spawner und blockiert den Weg. Ist denn das auszuhalten? Von wo denn? Ist es dein Ernst? Der liegt da auf dem Boden und schießt durch seinen anderen Teammate durch. Und den habe ich nicht gesehen. Ganz toll. Alter, das ist ja wirklich... Also, lamer geht es eigentlich nicht. Klar, ich war in der Deckung, aber kann man schon mal die Kugeln durchlaufen lassen, sonst passt schon. Alter, wie viel war denn das jetzt gerade? Fucking Squad Vibe. Ja, lasst einfach mal da fucking Assassin's Creed rumlaufen und keiner sieht ihn. Wie hieß der Typ von Assassin's Creed? Ezio Morricone. Ich meinte doch eher Enzio, nicht Ezio, oder? Ist er nicht? Ezio? Hitmarker. Fluppy, that's my name. That's my fucking Kürzel. Was bringt mich denn gerade um? Fuckin... Hä? Was? Die fliegen ja alle rum? Kriegen uns gar nicht mit, dass wir hier rumstehen. Hitzeschlagtarnung, ja. Comeback, Wahnsinn. Comeback ist irgendwie so eine echt arschige Auszeichnung, weil das heißt, dass du ziemlich schlecht bist. Und wir haben wieder einen Zug. Und wir haben wieder einen Zug. Der ist. Ist ja wie im Battlefield hier. Oh, ernsthaft? Durch den Wallrun habe ich... Weiter. Oh. Nun renn doch mal. Alter, lass dir Zeit. Wo sind der Typ jetzt hin eigentlich? Ja! Wie hat denn der mich jetzt erwischt? Achso, hat er mich erwischt. Deswegen gibt's ja die Killcamp. 22, 20, ey. Das kannst du nicht abgeben, sowas. Fucking Drohne? Was? Alter. Alter. Das war er. Alter. Ich dachte, hä, ist das einer? Was ist denn jetzt? Guck mal, ah, das ist der Richtung, ne? Oder auch nicht. Oh, da sind sie alle. Yes! Danach habe ich ihn gefickt. Also, bin ich aber der Beste. Fucking Andola, Alter.